So Leute, ich melde mich nochmal ganz kurz zu Wort. Wieder ganz kurz schnell, leider auch deswegen nur ein schwarzes Video ohne sonstigen Hintergrund, weil ich sagte eigentlich normalerweise, ich lasse mir nebenher was laufen, aber gut. Kurz und schmerzlos. Ich weiß, ich muss immer wieder verdrösten, aufschieben und so weiter. Es ist halt so, dass sich bei mir einiges jetzt geändert hat, seitdem das Studium rum ist, mit dem Ablauf, wo ich überhaupt dazu komme, was zu rendern. Die Durstrecke will ich versuchen, jetzt peu à peu hinter mir zu lassen. Ich kann noch nichts hundertprozentiges garantieren. Was ich aber sagen kann, ist folgendes, dass es wieder mehr Videos geben wird, zwei bis drei am Tag und dass ich demnächst zwei neue Projekte starten will. Deus Ex-Mankind-Divide habe ich jetzt auch angefangen, aber das war ja bisher nur das Prolog-Video draußen, da kommt jetzt auch mehr demnächst. Deswegen, da dürft ihr gespannt sein. Und ansonsten, habt noch ein bisschen Geduld mit mir. Aber ich kehre wieder zurück zu euch. Bis dahin und bis dann, Leute.